Musik Wir haben Sendrei und Co. Sie sprechen mit Pockenheimer. Ja, hier ist Candy. Hallo mein Hasi-Pupsi. Ah, mein Goldlöckchen. Schön, dass du mich mal auf der Arbeit anrufst. Was kann ich für dich tun? Ja, weißt du, ich wollte gerade ein kleines Puzzle machen. Und ich kriege das aber alleine nicht hin. Kannst du mir da vielleicht nachher ein bisschen helfen? Hm, du bist doch sonst so eine Puzzle-Königin. Was ist denn das für eins? Ich weiß nicht so genau. Da ist ein Hahn auf der Packung abgebildet. Du pass auf, mein kleines Goldmäuschen. Ich komme gleich nach der Arbeit vorbei und helfe dir dabei. Ja? Okay. Gut, bis dann. Tschüssi. Oh, das ist so lieb von dir, mein Hasi-Spatsi. Danke. Bis nachher. Tschüssi. Hallo mein Goldlöckchen. Wir sind wieder zu Hause. Wo ist denn mein Problem? Hi. Schön, dass du da bist. Ich bin ja nämlich wirklich am Verzweifeln mit diesem Scheiß-Puzzle. So, mein Schatz. Jetzt legst du die Cornflakes ganz schnell wieder zurück in die Packung und wir reden nie wieder darüber, okay? Hi. Wenn euch mein Kanal gefällt, denkt dran, den Abo-Button zu drücken und vergesst auch nicht die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich freue mich immer wieder über einen Daumen hoch und bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank für's Schauen. Vielen Dank.